Mit Vergnügen sehe ich Sie wie eine schöne Frau. Meiner Penasconi, ist es in der schweizige Bräut, dass der Herr in der Tasche der Dame herumschnüffelt? Wie meinen Sie? Ich will wissen, ob Sie meine Tasche doch wird. Ihre Tasche? Wie kommen Sie jetzt auf so etwas? So, dass er sie doch umgeklemmt. Umgeklemmt? Jetzt habe ich gemeint, dass Sie gewinnen, wie Sie sich an eine ganz ähnliche. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass ich nie Bargeld bei mir habe. Ich bezahle stets mit der Kreditgabe. Ah, Sie haben geglaubt. Ganz komplett mit der Tasche zurück. Aber selbstverständlich, jetzt brauche ich Sie ja nicht mehr. Entschuldigen Sie mich bitte. Ja, ich entschuldige Sie. Sie dürfen sogar einen Schluck Whisky mit mir trinken. Oh, einen Whisky, den kann ich jetzt benutzen. Und? Haben Sie es sich schon überlegt? Was? Ja, dass Sie als Gentleman wissen sollten, wie man sich gegenüber der Frau des Häusers benimmt. Oh, bin ich denn Gentle? Also ich meine, wenn ich mich schlecht bin, oder? Frau Vater. Na ja, nicht gerade so. Wenn ich doch mein Zimmer für mich haben will, was ja mehr ist als nur ein Zimmer, dann ist es doch selbstverständlich, dass Sie meinen Wunsch respektieren. Ja, was selbstverständlich? Nein, nein, bitte, bitte. Ich habe jetzt nichts mehr dagegen. Ah. Sie sind also doch ein Gentleman. Ja, Gentle oder nicht, doch aber bin ich ein Man. Was ist das? Das ist was? Was? Das ist ja ein Schluck von den Swissern. Ja, ach, da ist sie ja meine kleine Swissern. Ich meine meine kleine Swissern. Das ist ja, die gehört mir. Einen? Ja, ja, sie ist so ein Dick von mir. Wissen Sie? Ich habe da drin meine Tourette-Sachen. Oh Gott. So ein mittelgroßes Pyjama, nicht wahr? Und... 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 ...und... 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 ...das, was ein Mani nur wieder braucht. Was meine da für Grillen haben? Übrigens, haben Sie es ja schon recht häuslich in meinem Zimmer nicht, glaube. Sie können es behalten? Nein, nein, ich will sie davon. Und außerdem gebe ich Ihnen eine Saak von die KLM. Ich zei nicht ein, warum Sie als beste Freund von Bernhard für der Schweizer ein Reclame machen sollen. Oh, Sie sind ja wirklich so gut zu machen. Ja. Willst Sie mir gefallen? Sie sind ein echte Mann. Ich will es sagen. Ja. Wenn ich in mein Zimmer habe, weil er da an Sie gesagt hat, nein. Oh, und da haben Sie beim Äfters Ihrem Malte. Wissen Sie, ich bin zwar Hollandser, aber ich lief Amerika über alles. Ja, da ist die KLM schuldig, weil ich jede Woche für zwei Tage daheine bin. Und so ist es wie meine zweite Heimat geworden. Und der amerikanische Mann sagt nie, nein. Er ist folgsam wie der Rebuschi. Rebuschi? Ja, wie kleine Kinder. Rebuschi, aha. Ihr Mühl ist ja echt verführerisch. Haben Sie schon einmal Hollandser geküsst? Nein, leider nicht. Nein, nein. Ich wohne ja in Stilsdorf im Kanton. Und da haben wir übrigens nur eine dieser Sorten. Ja, und? Nein, viel zu jung für mich, ne? 84. Und dann ist sie auch nicht so amerikanisch verrückt. Schade. Aber ich sage Ihnen, die Amerikanerinnen sind sehr interessant, was die Leidenschaft betrifft. Und nicht nur die, auch die Hollandser. Wenn Sie das mal erfahren? Was? Ja, wie interessant wir sind. Ach so, wenn ich das mal unterfahren könnte. Ja, doch nicht. Mit Verknüchern. Und? Was sagen Sie jetzt? Nicht, ich bin sprachlos. Überrascht Sie mit Technik? Ja, so weniger Technik, mehr das Tempo. Ich meine, wissen Sie, wenn man so gar nicht vorbereitet ist, dann... Sie können doch nicht, wenn es heute im Himmel im Mark ist. Warum? Ich lief Sie ja nicht. Das macht es ja gerade noch einmal fragwürdig. Mein Gott, Sie sind ja echt nicht aufstoßend. Oh, danke vielmals. Und darum kann ich Ihnen Kost geben. Ja, also bei uns küsst man die Leute, die man gerne hat, ne? Also ich meine, wie Sie sagen, lieft. Naja, aber andere Länder, andere Sittlinge. Aber ich will doch von Ihnen nur ein empathetisch urteilen. Bernhard, so bist du lief ich, und er lief mich. Also ist er nicht objektiv genug, eher befangen. Er hat sozusagen keine Vergleichsmöglichkeiten. Er küsst doch einzig mich. Oh ja, sag ich schon. Ja, ja. Während zwischen uns beide, alles neutral ist es. Gibt kein Hintergedanken und keinerlei Gefol. Keinerlei. Also, können wir uns küsst und unsere verschiedenen Techniken ausprobieren. Sind Sie parat? Was, schon ich. Wahnsinn. Aber natürlich, und ob ich wollte, warum nicht? Also, lass uns. Und, wo warst du das? Es nimmt einem... Es nimmt einem gerade den Schnufer. Aber ja, aber das mal bin ich ja vorbereitet. Das war so wie der Sache. Schildern Sie Ihren Eindruck möglichst kreditailliert. Sie schreiben das auf. Ja. Wie war es rein technisch? Ja, so. Technisch immer frei. Bist perfekt. Bist perfekt. An der Schiff. Auch nicht schlecht. Passt du sie auf. Die Hände so. Und jetzt. Bistcture. Bist. Mhm. Bist. 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 Bist.